Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sid Meier's Pirates. Wir sind hier mit unserer kleinen Flotte mit 2, 4, 5 Schiffen unterwegs. Was müssen wir jetzt machen? Wir haben in der letzten Folge, Alter, in der letzten Folge, Leute... Drei... Ja, Alter, wir haben drei Piraten geschafft. Das ist Wahnsinn. Ähm... Was haben wir denn hier? Hier, drei. Wir haben Stede Bonet, Rock Brasiliano und Lononé haben wir schon gemacht. Wir haben eine Romanze in Santiago, ja. Und bei den Spaniern sind wir Major. Ähm... Ja, läuft bei uns eigentlich. Captain's Lock, äh... Treasure Map, da haben wir hier. Wir müssen eigentlich nach, äh... Nach... Maracaibo. Irgendwo da. Da ist dieser Arc Rock. Und da ist irgendwo unsere verschwundene Schwester. Das müssen wir noch machen. So, World Map. Maracaibo. Das ist ja irgendwo weiter hier irgendwo, ne? Warte mal. Maracaibo. Hier ist Maracaibo. Und ich glaube... Hier irgendwo müsste das sein. Wir gucken mal. Top 10 Piraten. So. Bonet, Loné, Brasiliano haben wir schon gemacht. Wreckham brauchen wir noch. Roberts. Ich bin Nummer 5. Dann, äh... Lafitte, Kit, Blackbird und Henry Morgan. Oh, das kriegen wir schon hin. Okay. Gut. Dann. Müssen wir gleich wahrscheinlich wieder mal... Müssen wir gleich wahrscheinlich wieder mal so ein bisschen, äh... Unsere Mannschaft umsetzen. Und ein bisschen das alles aufteilen hier. Kuraçao. Den nehmen wir noch mit. Okay. Zum Glück hat es uns verfehlt. Aber wir sind da eigentlich... ...immer ganz gut mit dabei. Oh. Da hat es uns noch getroffen. 10 Knot machen wir. Jetzt keine Kanonen mehr. Die ist quasi uns ausgeliefert. Es ist immer wieder schön, wenn wir dann rückwärts segeln. Weil wir nicht gegen den Wind segeln. Aber jetzt haben wir es. Take all. Und die brauchen wir nicht. So. Kommt aus dem Sturm raus, Leute. So, wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Wir wollen nach Maracaibo. So. Wir müssen noch da, da. Nach links unten und dann... So, da ist Kuraçao. Wo war Maracaibo? Weiter links, ne? Ja, alles klar. Wir brauchen diesen einen Stein. Das ist wohl in der Nähe von Maracaibo. Da, irgendwo da muss unsere Schwester sein. Schätze ich mal. Gellos Head. Knife Rock. Da ist Maracaibo. Ich weiß nicht, ist das der? Oh, warte mal. Wir gucken uns nochmal die Map an. Äh, die Karte meine ich. Arch Rock. So, warte mal. Arch Rock. Knife Rock. Gellos Head. Brauchen die diesen Arch Rock? Warte mal. Na, komm, wenn wir schon mal da sind. Nimm dir auch gleich mit. Und Feuer. Nice. Vielen Dank dafür. Take all. Und lass sie sinken. So, warte mal. Jetzt lass uns mal gucken. Wir brauchen diesen Arch Rock. Irgendwo muss er sein. Lauf nicht auf Grund, Freunde. Arch Rock. Arch Rock. Wir fahren erst mal nach Rio de la Haca. Machen erst mal hier eine... Wir machen hier erst mal... Genau. Talk to Governor. Ja, guten Einkauf. Die Taverne. Willkommen, Boardmates. Und was hast du für uns? Nämlich... Nämlich... Freund. So. Äh... Repair. Repair. Upgrade. Repair. Repair and upgrade. Repair and upgrade. So. Ich möchte es eigentlich in der Tat... Alles klar. Warte mal. Ich möchte ganz gerne mal unser... Ja, die Crew ist halt natürlich nicht so... Ich muss jetzt erst mal hier... Das Schiff wechseln jetzt. Äh... Change Flaggschiff. Wir möchten natürlich die... Thetis haben. Die Vagaglione. Obwohl natürlich da mehr... Okay. Sehr schön. Das nimm mal. Wollen wir mal gucken. Ja, ja, ja. Fliegt natürlich jetzt ordentlich wat. Ah, das... Macht natürlich schon ordentlich was her. Bams. Und da ist er weg. 32 Kanonen geladen. Neun Knoten. Die ist natürlich jetzt nicht die schnellste. Aber hat natürlich ordentlich Feuerkraft, ne? Das ist halt das, was wir wollen. Boah, meine Güte. Das dauert natürlich jetzt ein Weilchen. Aber das weiß ich, wie wir was denken. Treff die Segel. Alles klar. So. Irgendwo war das. Wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Ich möchte diesen Arc Rock finden. Natürlich auch noch die anderen Piraten. Guck noch mal. Da. Stonehenge. Okay. Ja, die Crew ist unzufrieden. Aber was willst du machen? Wir gucken mal. Oh, hier haben wir ein Piratenschiff. Das nehmen wir mit. Wie auch immer das ist. Sollte eigentlich nicht lange dauern. Na, guck mal her. Und lass, lass das kapern. Oh, bist ja ein richtiger... Jawohl. Come on, Baby. Jawohl. Und da haben wir den. Wer ist es? Welche Nummer ist es? Von den Piraten. Take all. Und weg damit. Okay, war nur ein kleines... Oh, jetzt fahren die natürlich wieder einmal ordentlich durch die Riffe. Und wieder durch den Sturm. Ist auch nicht so geil. So. Gallows Head. Knife Rock. Kann ich da runter weiter segeln? Ich kann nicht da runter weiter segeln. Komm, wir segeln mal nach Gibraltar. Oh, guck mal hier. Da. Was ist da? Was ist da? Will Anker hier. Na, lass mal gucken. Okay. Was haben wir denn hier so? Ist das hier nicht der Anker Rock? Neun. Wo ist denn die Schwester? Ist die nicht da drin da irgendwo? Müsste doch irgendwo hier sein, oder? Wo ist denn das Fernglas? Wo ist denn das Bundeskart? Okay, wo ist es? Wo ist mir das, professor? Wo ist es? 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 Wo ist sicher? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es mit dir? Wo ist es? Ich dachte, die wäre hier gewesen, ne? Was haben wir hier? Noch mal einen Geysir. Hm. Wir gucken mal. Ja, ich weiß, meine Männer sind jetzt nicht so gut drauf. Aber was willst du machen, ne? Hm. Was ist da hinten? Das will ich noch mal gucken. Dann können wir von mir aus zum Schiff zurück. Obwohl, ich ja dachte, dass da unsere Toch, äh, Schwester ist, ne? Ja, das ist ein Piratenschatz, oder? Ach, wie geil. 6.000 Gold, jawoll. Komm, jetzt seid ihr immer noch wahrscheinlich. Ist das hier nicht dieser Anchor Rock? Ich glaube, das ist der doch, oder? Irgendwo. Irgendwann. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Aber das ist, warte mal, wo ist die denn hier? Äh, Lost Sister. Ach, bei dem Indianertotem. Warte mal, das hatten wir doch hier irgendwo. Das Indianertotem. Aber das ist das nicht, ne? Die meinen bestimmt das andere. Wo war das Indianertotem? Da, ne? Genau. So, warte mal. Jetzt gucken wir nochmal auf der Map. Indianertoten. Da ist der Ark Rock. Hä, das ist doch aber alles richtig. Guck mal hier. Ähm. Da ist der. Das ist doch mit Sicherheit die Hütte da, oder? Wo ist denn die Heule? Irgendwo hier muss sie doch sein, oder? Weil wir gehen mal hier hin. Komm schon. Ach, da. Da. Da muss er doch da hinten. Da muss es doch da hinten sein, oder? Das ist doch mit Sicherheit bei der Hütte da irgendwo. Was ist das mit Sicherheit hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist die Schwester nicht immer in so einem Haus hier drin? Das macht mich ja schon so ein bisschen... Das ärgert mich. Ich glaube auch nicht, dass die im Wald oder so ist. Aber da ist das Totem. Ja, unten war Anchor Rock. Da ist das Totem. Und hier müsste unsere Schwester irgendwo sein. Unsere liebe Sissy. Sister, Sister. Aber die hängt da nicht, ne? Und da muss die sein. Aber das ist sie nicht. Warum nicht? Das ist doch nicht unsere Schwester, oder? Oh, Leute. Oder sollen wir die noch gar nicht finden? Ich weiß es nicht. Aber das ist sie doch auch nicht hier, ne? Ne, komm, wir machen... Wir gehen jetzt zurück zum Schiff. Dann müssen wir das mal irgendwann anders machen. Keine Ahnung. So, wir fahren jetzt erstmal nach San Felix. Warte mal. Talk to Abbott. Wir haben eine Schwester, die seit vielen Jahren verletzt wurde. Eber Spanier, Baron Render, also... Ja. Ron Raimondo? Den haben wir doch schon weggeschnitzelt. Ah, okay. Okay. Ron Raimondo ist Maracaibo. Dann lass uns mal nach Maracaibo. Das nervt mich nämlich jetzt richtig. Ja, genau, ja, ich weiß. Oh, jetzt sind wir... Colonel. Sehr geil. Ja, machen wir beim nächsten Mal. So, Visit the Tavern. Nehme ich mit. Dankeschön. Ja, 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 ja. Jetzt ist der da, ne? Nombre de Dios. Okay, alles klar. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann müssen wir in der nächsten Folge mal gucken, wie wir das mit Raimondo wieder machen. Aber das kriegen wir hin. Und dann finden wir unsere Schwester. Alles klar, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.